Ich werde jetzt euch zeigen, wie heute ein Kakerlaken ist. Jetzt muss ich aufmachen. Hey, warte mal. Oh, das stinkt wohl. Jetzt Kopf abmachen. Pass auf, Leute. Kopf abmachen. Ich traue mich nicht, das Ding anzupacken. Das stinkt wohl. Oh, jetzt kommt das leckerlose Fleisch, ey. Was ich mache, Normalfarbe. Ob man alles sieht. Hey, das musst du essen. Okay. Oh, Mann. Sie sind voll eklig, aber gleich muss ich enden. Jetzt müssen. Geht so, gell? Doch, schmeckt eigentlich. Ja, hast du gesagt. Nee, das schmeckt nicht. Boah, das stinkt aber. Ich weiß. Nach Wichse oder so. Ach, was? Noch Wichse. Boah. Gentlemen, vorher sahen die so aus. Hallo. Kinder? Wollt ihr was los zu essen? Jetzt. Hey, geh holen, geh holen. Nee, ganz klar. Ich mache jetzt mal die Teile weg von denen. Das ist das hintere Teil. Mittere Teil. Jetzt kommt das Kopf. Warte mal. Scheiße, ich trau mich nicht anzupacken. Jetzt kommt das Kopf. Kack von Kakerlaken, natürlich. Erste Beine. Zweite Beine. Dritte Beine. Das hintergeteilt. Sechste Beine. Also die vornige Beine. Die haben hier den Spitzen. Ihr habt eine Beine verloren. Ihr habt Lust noch auf Kakerlaken. Der hier ist jetzt nicht gestreckt. Nee, ich will nichts mehr. Ich liebe es. Ich liebe es. Mit toll. Ta-da-ta-ta-ta.